Sie sind hier, 3. Januar 2019, 18 Uhr an und 40, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Markus Solbach winken Einsätze in der MLB-Urheberrecht, Getty Images, der deutsche Nationalspieler Markus Solbach verlässt die Bank Capitals und unterschreibt bei den Los Angeles Doji. Zunächst ist er jedoch nicht für die MLB eingeplant. Der deutsche Nationalspieler Markus Solbach, hat einen Vertrag bei den Los Angeles Dodgers aus der Major League Baseball MLB unterschrieben. Solbach, 27, Pitcher vom deutschen Meisterbank Capitals, wird in diesem Jahr für ein Farmteam der Kalifornia in einer meiner League spielen. Das gab der deutsche Baseball- und Softballverband DBV am Donnerstag bekannt. Anzeige, jetzt das Trikot von ihrem MLB-Lieblingsteam kaufen. Hier geht es zum Shop. Solbach war im vergangenen Jahr nach dem Titelgewinn mit Bonn in die Australian Baseball League ABL zu Adelaide bald gegangen und überzeugt dort seither mit starken Leistungen. Nach Abschluss der Saison wird der Werfer am Springtraining des MLB-Vizemeisters teilnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017